Microsoft Excel bietet viele praktische Funktionen, um Daten übersichtlich und effizient darzustellen. Eine häufige Fragestellung ist, wie zeigt man in Microsoft Excel automatisch den Wochentag an? Oft möchten Anwender, die mit Datumsangaben arbeiten, wissen, welcher Wochentag zu einem bestimmten Datum gehört, so wie wir es hier in dieser Microsoft Excel-Datei vor uns sehen. Diese Aufgabe kann anfangs etwas verwirrend erscheinen, aber mit den richtigen Excel-Formeln lässt sich das sehr einfach lösen. Beginnen wir mit einer neuen Liste. Wie gesagt, Ziel ist es, aus diesen Datumswerten den Wochentag kurz darzustellen, mit zwei Buchstaben oder eben lang mit dem Wochentag. Ich beginne in einer neuen Arbeitsplatte mit der Spalte Datum, wiederum eine Datumsreihe und werde hier die Kurzbezeichnung und hier die Langbezeichnung von unserem Wochentag angeben. So, genug der Formatierung. Jetzt sehen wir uns an, wie wir die Kurzdarstellung ermitteln können und zwar indem ich mich nun in diese Zelle C5 mit dem Cursor stelle und dort wiederum mit einem istgleich das Datum angebe. Das bedeutet, ich gebe hier 1 zu 1 dieselben Datumswerte an und klicke dann in den Bereich Formatieren, Zellen formatieren und gelange nun in dieses Menüfenster. Darin gibt es nun unterschiedliche Kategorien, wie ich Zahlen darstellen kann und formatieren kann. Ich wechsle nun auf den ganz untersten Bereich und zwar benutzerdefiniert und darin kann ich nun mit dem Buchstaben TT und nochmals einem T entsprechend die Formatierung darstellen. Das muss man natürlich wissen, dass es genau drei Buchstaben sind und damit erhalten wir diese Kurzdarstellung der Wochentage. Analog funktioniert es nun mit der langen Darstellung. Ich selektiere wiederum Zelle, klicke auf Formatieren, wechsle nun in die unterste Kategorie und gebe nun viermal den Buchstaben T ein und erhalte nun entsprechend die Wochentage. Wenn du Hilfe bei deinem Excel-Projekt benötigst oder Lösungen suchst, verwende bitte die Kontaktanfrage unter diesem Video. Viele Anwender haben bereits von dieser Unterstützung profitiert und dadurch große Zeitersparnisse erzielt. Lass uns gemeinsam deine Excel-Herausforderungen meistern und ich wünsche mir, dass du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!